Musik Meine wichtigsten politischen Begegnungen sind die Begegnungen mit Menschen, die auf mich zukommen und sich bedanken. Ganz einfach bedanken für die Hilfe oder für die Lösung eines kleinen, manchmal auch eines großen Problems. Ich bin Politiker geworden, relativ spät. Also das heißt, ich war um die 40 Jahre alt, als ich Politiker wurde. Und zwar war es das Interesse an der Politik, das Mitgestalten selbst zu übernehmen und sich auch für die Probleme, die man selber als Bürger erkannt hat, sich auch persönlich einsetzen und einen Teil natürlich davon auch umsetzen zu können. Ich bin von Hause aus Lehrer, war das auch fast 30 Jahre lang, habe das auch wirklich mit viel Herzblut betrieben. Jetzt bin ich im Finanzbereich tätig und da sind natürlich die Kommunalfinanzen ein sehr wichtiges Thema. Musik In meinem Wahlkreis liegt auch das Heidebad. Das Heidebad ist gerade für viele Einwohnerinnen und Einwohner hier in unserem Stadtteil ein wichtiges Gebiet für die Naherholung. Das Heidebad hatte kleinere Probleme, weil Freibäder von der Stadt natürlich teilweise nicht mehr unterhalten werden können. Und deshalb waren wir froh, dass wir dort einen Pächter gefunden haben, der über einen langen Zeitraum, knapp 20 Jahre, sich dort einsetzt und es mit verschiedenen kulturellen, aber auch sportlichen Aktivitäten wirklich zu neuem Leben erweckt hat. Musik Das Projekt Schnitte unter dem Dach des CVJM ist ein soziales Projekt hier im Stadtteil einer Neustadt. Ich unterstütze dieses Projekt sehr gern mit Finanzspenden, aber auch mit Sachspenden, die wir jetzt in Form von Schulbüchern organisiert haben, damit Migrantinnen und Migranten den Zugang zur deutschen Sprache finden, über ein ganz niedrigschwelliges Angebot, was dort ohne große weitere Unterstützung einfach aus Bürgernähe läuft. Musik Mein Wahlkreis ist sehr heterogen zusammengesetzt. Ich habe die unterschiedlichsten Probleme, die sich in diesem Stadtteil einer Neustadt ganz anders darstellen, als zum Beispiel in den Bereichen Liedleben, Döhla oder Lethen. Diese Probleme versuche ich natürlich vor Ort dementsprechend zu lösen. Ich nehme sie erst mal mit und versuche den Menschen mit meinen Möglichkeiten zu helfen. Das Projekt Skaterpark, obwohl es am Anfang sehr umstritten war, ist mittlerweile zur Erfolgsgeschichte gerade in unserem Stadtteil einer Neustadt geworden. Da junge Menschen doch das ein oder andere Problem haben, was vor Ort über eine angenehme und auch jugendnahe Art und Weise gelöst werden kann. Als Umweltpolitiker ist mir das Projekt GEMOZERDAMM sehr wichtig. Wir wollen, und das unterstütze ich sehr, das Projekt GEMOZERDAMM zeitnah, aber auch rechtssicher realisieren, sodass der Einwohnerhalle Neustadt, aber auch städtische Immobilien natürlich vor dem Hochwasser geschützt sind und demzufolge ein sorgenfreies Leben für die Bürgerinnen und Bürger hier möglich ist. Ich erreiche meine politischen Ziele durch Beharrlichkeit. Ich suche mir einige wenige Projekte aus, die ich aber wirklich mit Konsequenz dann verfolge und versuche, die Projekte auch zum Erfolg zu führen. Auch wenn nicht jedes Mal der 100% Erfolg dahinter steht, aber Teilerfolge sind sichtbar, die werden wahrgenommen und die kommen auch direkt bei den Bürgerinnen und Bürgern an. Ich habe, wenn es meine Zeit erlaubt, verschiedene Hobbys. Also ich pflege sehr gern meinen Garten. Ich bastle immer noch gern an Autos oder auch Motorrädern rum. Und dieses Hobby kommt natürlich in letzter Zeit viel zu kurz, sagt meine Frau. Ich koche auch ganz gern. Ich bin ein, was 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 ich Untertitelung des ZDF, 2020